Grüezi und herzlich willkommen zu «Andi zeigt's». Heute T wie technische Analyse. Im Gegensatz zu einer Fundamentalanalyse bei einer Aktie, wo vor allem betriebswirtschaftliche Informationen wie Erfolgsrechnung und Bilanz beizogen werden, wird bei der technischen Analyse bloß der bisherigen Kurzverlauf, also der Chart, plus das Börsevolumen dazugezogen. Mit diesen Informationen gibt der technische Analyste am Schluss eine Empfehlung ab.